Hallo Freunde und herzlich willkommen zu Let's Play Luna Silvester Story Complete. Jawoll, nachdem wir im letzten Part so ein paar Probleme hatten und unter anderem nachkommentieren mussten wegen, ja, Sounds zu laut und so, oder beziehungsweise Stimme zu leise, haben wir heute wieder mal Bonusfolgen oder Spezialfolgen, nenn ich's mal. Und zwar werden wir heute, ihr erinnert euch doch sicher noch alle an die roten verschlossenen Kisten, wo Norl immer sagte, verschlossen. Ich wüsste zu gern, was da drin ist und die können wir jetzt öffnen und zwar eigentlich schon länger und zwar seitdem wir dieses Diebesabzeichen bekommen haben von der Diebesgilde. Und da werden wir uns heute mal auf den Weg machen, also absolut optional sozusagen als Bonus, alle diese Kisten zu öffnen und uns das zu holen, was da drin ist. Dazu habe ich mir auch einen Gast wieder mitgebracht, damit das nicht ganz so langweilig ist und das ist der liebe Blaze09DT. Hallo Blaze. Ja, danke Dreambird für die nette Einladung und ich freue mich auch bei einem Special, in Anführungsstrichen, bei dir dabei sein zu dürfen. Das freut mich wirklich. Ja, das freut mich auch, dass es dich freuen. Immer diese Wortspielchen hier. Ja, okay. Ich muss dazu noch sagen, das habe ich Blaze eben natürlich auch schon erzählt, natürlich suchen wir jetzt nicht blind alles ab. Wir könnten auch aus der Erinnerung versuchen, das alles so rauszusuchen. Ich habe mir das hier schriftlich vorliegen. Ich habe mir das hier schriftlich vorliegen. Tolles Deutsch. Ich habe das schriftlich vorliegen und wenn wir jetzt das so suchen würden, das würde einfach viel zu lange dauern. Und deswegen machen wir uns jetzt gleich mal auf den Weg. Ich glaube, die allererste Truhe ist in Bourg, wo wir angefangen haben. Und da wollen wir mal schauen, was sich da so versteckt in den Truhen. Ich bin gespannt. Und ja, dann wären wir mal hier. Können wir uns ja Gott sei Dank schnell teleportieren. Das ist ja nicht das Problem. Ja, und so haben wir halt nochmal ein kleines, in Anführungsstrichen, Déjà-vu, dass wir nochmal alle Gegenden sehen. Das hat doch auch nochmal was. Richtig, das ist richtig. Wir könnten jetzt auch noch ein paar Leute anquatschen, so just for fun. Aber ich möchte es eigentlich nicht groß machen, weil ich mich eigentlich darauf konzentrieren will, den Kisten. Und ja, das würde ja wieder zusätzliche Übersetzungsarbeit kosten. Die erste Kiste, die wir hier wollen, ist im Haus des Bürgermeisters, also in dem Haus von Ramos, also wo Ramos sein Vater wohnt. Jetzt muss ich mir überlegen, wo das war. Ich bin mir überhaupt nicht mehr sicher. Das ist schon viel zu lange her. Könnte es sein, dass das hier drin war? Ja, ich bin mir jetzt auch nicht mehr so sicher. Ah, ich meine, das ist er. Ja, ja, das ist er. Jetzt müssen wir mal gucken, wo hier eine Kiste ist. Mal suchen. Ich bin ziemlich sicher, das ist der Typ. Da ist er ja auch schon, siehste? Da haben wir doch schon die erste. Garbage Can Lit, ja, toll. Ja, das ist jetzt nichts Besonderes, glaube ich. Aber keine Sorge, die anderen Sachen werden wesentlich besser sein. Mal gucken, hat jetzt Noldi ihn bekommen, oder? Noldi hat sie gekriegt. Wahrscheinlich, ne? Almost a shield, ja, fast ein shield. Toll, das ist wahrscheinlich so gut wie zunächst zu gebrauchen. Ähm, ich gebe es trotzdem mal, äh, wer hat denn ein shield? Alex? Ach, der hat gerade wieder volles Inventar. Haben alle volles Inventar. Ich hab's mal, Kai gegeben. Ich schau mir das mal an, aber... Da unten links ist es. Ja, das hier, das bringt nichts. Ähm... Naja, immerhin Geld dann, wahrscheinlich. Wir haben gerade mal wieder einen Leck, das höre ich an der Musik, die ist langsamer geworden. Ähm... Ja, Moment mal, ich muss mal ganz kurz pausieren, ja? Einen Augenblick. So, Freunde, da bin ich wieder. Ja, jetzt, ähm... ...geben wir dieses komische Schild. Das lassen wir jetzt erstmal. Gut, wo ist die nächste Kiste? Also, äh, keine Sorge, das wird nicht so ein Müll bleiben. Das ist das einzige, glaube ich, wo, äh, nichts Interessantes drin ist. Das nächste ist in den verrückten Wäldern, dem Nord, äh, im... Das ist ja direkt hier außerhalb von... Äh, außerhalb von Burke. Und, ähm... Dazu müssen wir hier raus, das war... Ups, hier links irgendwo, genau. Hier meine ich. Genau. Hier. Eieiei, ich liebe es. Und zwar im Nordosten des Waldes, soll es sein. Schauen wir mal nach. Ja, ich versuche jetzt, die Kämpfe zu vermeiden, aber... ...der lässt mich nicht durch. Doch, okay. Na gut. Ich denke immer, die dürfen jetzt relativ schnell gehen. Ja, das denke ich auch. Also, wenn das die Anfangsgegend ist und dann... Ich glaube, da wirst du noch nicht mal Großmagie benutzen müssen. Nee, dann mag ich einfach nur angreifen und dann... So, und... Tschüss. Das war's dann auch schon wieder. Ja, aber das geht dann relativ schnell, deswegen werde ich das jetzt auch nicht groß rausschneiden. Äh, nee, das ist es nicht. Die haben wir schon. Na, okay, das wird sich nicht vermeiden lassen mit dem Pilz. Ja, aber wo ich dich jetzt mal hier bei Luna in der Leitung habe... Wollte ich dich dann mal fragen... Ja, wie ist denn so jetzt insgesamt... Du hast ja, glaube ich, fast alles gesehen, oder? Ich weiß nicht genau. Ja, also ich hatte ja... Ich hatte ja... Irgendwann hatte ich ja mal mittendrin dann erst angefangen. Mhm. Ähm... Und hatte dann mir aber nach und nach die ganzen Parts nachgeholt. Mhm. Nur wenn ich mal Zeit hatte und... Dann, äh, selber nicht gerade irgendwie wo mit was beschäftigt war, ähm... Habe ich dann halt auch mal geguckt und ich muss sagen, also die Storyline hat sich eigentlich sehr gut entwickelt, was ich jetzt ja halt auch durch den letzten Part dann noch mit rausgehört habe mit den Charakteren, dass die ja selbst so, ähm, irgendwie dargestellt sind, also die Charakter ausgefeilt sind. Muss ich zustimmen, finde ich auch. Also die Charakter haben wirklich ihren eigenen Charme. Wie bist du auf dem, wo du sagtest, Alex? Ähm, der hat wirklich ein bisschen, ähm... Ja, ich weiß nicht, der hat irgendwie den Anzugstich ein bisschen gelitten, weil der hat... Der hat ja nicht wirklich viel geredet und wenn, ähm... Irgendwie nur so ganz... Ganz kurze, banale Sachen. Ähm, außer jetzt halt das mit Luna da, wo sie entführt worden ist. Das war so eigentlich das einzig große, was ich jetzt gesagt hätte. Da hat er ja mal endlich Charakter gekriegt. Ja, stimmt. Ähm... Aber sonst, die anderen Charaktere, zum Beispiel diese ständigen Streitereien zwischen Kyle und, äh, Jessica, fände ich zum Beispiel echt amüsant. Also die... Kyle habe ich ja sowieso nach und dran gefressen. Naja, ich weiß, das habe ich gemerkt. Auch wenn er manchmal schon ein bisschen, also... Naja. Ja, äh, er ist... Er unterscheidet sich von den anderen Charakteren schon alleine durch seine... Durch seine Barsche Art, sag ich jetzt mal, finde ich. Und das macht ihn irgendwie aus. So, diese... Schon allein diese Szene, wo er da als Frau verkleidet war. Also das war gut, ne? Also das fand ich echt wirklich, da... Da konnte ich nicht mehr verlachen. Ich glaube, ich habe mich noch eine halbe Stunde danach... Wenn ich nur daran gedacht habe, musste ich noch lachen. Also, es war wirklich... Das hat was geprägt. Stimmt, das war ziemlich gut. Ja. Und, ähm... Du kanntest ja das Spiel vorher auch gar nicht, ne? Nein, ich kannte es. Also ich hatte mal... Es war schon mal von den beiden Teilen gehört. Also von diesem Eternal Blue. Das ist ja, glaube ich, der zweite Teil, ne? Ja, genau, richtig. Ähm, habe ich mal irgendwo was gelesen gehabt. Damals in irgendeiner Zeitschrift, glaube ich, war das noch. Mhm. Ähm, aber das ist halt auch schon, keine Ahnung, sehr lange her. Ja, richtig. Und, ja, also sonst, wie gesagt, gespielt habe ich es nicht. Und jetzt halt nur bei dir den ersten Teil gesehen. Mhm. Ich bin mal ganz kurz vor Unterbrechung. Ich mache mal kurz die Truhe hier auf. So, ein Ross Ring. Ach, das wollte ich nicht. Moment. Fälscher Knopf. Dann mal schauen, was der Ring schönes kann. Jetzt will ich doch aber erstmal nochmal hier so ein bisschen, äh, was freischaffen hier bei den Charakteren, weil, ähm, die haben ja sonst gar keinen Platz mehr hier. Könnte ich dieses Notebook vielleicht mal, äh, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Genau, das gebe ich mal hier weg. Dann bin ich bei... Noll ist ja so das Lager für, für, äh... Genau. ...die in anderen Spielen jetzt zum Beispiel bei mir. Das kommt ja auch bald, dass wir es dann auch sehen. Äh, kriegst du dann auch so einen Lagercharakter, der dann alle möglichen Zeug einlagern kann. Mhm. Ja. Ich mache jetzt mal bei jedem einen Platz frei, wenigstens. Jetzt muss das, äh, das Heilwasserleiterin glauben, dieses... Okay, und hier gebe ich mal... ...eine Heilnuss weg. So. Jetzt schauen wir mal. So einen Ross Ring habe ich, glaube ich, irgendwo schon mal. Aber ich weiß nicht... Ich gebe ihm erstmal ein Nash, mal gucken. Das ist immer so ein bisschen blöde, weil man hier immer so, ähm... Ja, ein bisschen rumexperimentieren muss. Wo ist der Ring denn jetzt? Oh, guck mal hier, sehr schön. Das ist doch gut, hier. Attacke und Abwehr. Sollte ich den Nash geben oder wem anders? Ich muss mal... Ich gebe ihm erstmal ein Nash und gucke mir nochmal die anderen an. Äh, Alex hat auch schon einen Ring. Das ist so ein Heilring, oder nee? Was hat denn der da? Nee, den Ring hat er hier. Das ist ein Crystal Pendant. So, sie hat auch schon sowas. Ja, ich glaube, das lasse ich bei Nash auf jeden Fall. Das ist ganz gut, glaube ich, oder? So. Ja, jetzt habe ich dich unterbrochen in deinen Ausführungen. Tut mir leid, aber... Ja, ist ja nicht schlimm. Wir haben ja die Kiste zum Glück entdeckt, obwohl sie ein bisschen versteckt war. Ich habe sie auch erst nicht gesehen. Ich dachte erst, hey, warum bleibst du jetzt da stehen? Ah, ja, die ist ein bisschen versteckt. Da soll noch eine sehr versteckt sein, aber die finden wir auch. So, du kannst aber jetzt gerne, wenn du noch weißt, wo du gestehen geblieben bist, weiter erzählen. Wenn ich es jetzt mir mal eben kurz überlege, wobei ich nicht stehen geblieben bin. Ich hatte das mit dem Kriter gesagt, mit den Lagern, mit Noll. Das schöne Warenhaus. Das wandernde Warenhaus, kann man dazu sagen. Ah ja, genau, richtig. Oh nein. Ja, das Blöde ist, wir können hier nicht... Wir können hier nicht direkt raus teleportieren. Zumindest nicht mit dem Drachenflügeln. Aber wir könnten... Ja, stimmt, da gab es nur diese anderen Dinger da, ne? Genau. Die man in der Zeit hat dort. Da habe ich ja auch eine ganze Menge von, glaube ich. Da können wir ruhig mal welche benutzen. Habe ich, glaube ich, als ein einziges Mal benutzt. Im Turm von diesem Damon. Genau, richtig. Das benutzen wir jetzt mal, damit es schneller geht. Noll dürfte eine ganze Menge davon haben. Irgendwo weiter unten. Angels Tier, nee, das war es nicht. Genau diese hier. So viele haben wir gar nicht. Dragons Escape Dungeons geht aber auch nicht. Ist ja komisch. Na, dann gehen wir halt so raus. Jo. Wo ist denn hier der Ausgang? Oh, Leute, Leute. So. Ich glaube, hier ist es. Genau. Sehr schön. Wir hätten was jetzt benutzen können, wäre es verschwendet gewesen. Richtig. Den kurzen Weg. Stimmt, das war ein relativ kurzer Weg. So. Jetzt müssen wir zum Haus der alten Hexe. War das nicht sogar hier in der Nähe? Das folgt jetzt also direkt quasi. Da ist es, da links. Also mussten wir wahrscheinlich sowieso hier durch. Sonst wären wir ja gar nicht anders da hingekommen. Also gut, dass wir hier jetzt hier rausgegangen sind, statt uns raus zu teleportieren. Dann wären wir wahrscheinlich wieder am Anfang gelandet. Das wäre nicht so schön. Aber jetzt müssen wir nämlich hier in das Hexenhäuschen rein. Ach, dann macht sich so eine kleine Nostalgie breit. Ja. Das erste Mal hier unterwegs gewesen sein und so. Ach, schon falsch gegangen. Ach, ich wollte euch doch eigentlich noch diese lustige Melodie im Feld zeigen, wo wir die Fluffy Bugs gejagt haben. Also ich hoffe, ich denke noch dran im Abschluss nochmal das Ganze zu machen. Vielleicht versuchst du mal mit dran zu denken. Ja, ich werde es mir auf jeden Fall merken, weil ich mich ja selber schon geärgert habe, dass ich es nicht hören wollte. Ja, leider darfst du es natürlich jetzt in der Aufnahme auch noch nicht hören. Ja, ich höre es dann auch erst am Ende wie ihr. Also ich leide mit euch dann so lange. So, ähm, dich habe ich ausgetrickst, mein Freund. Oh, dich kann ich leider nicht austricksen. Na egal. Aber die haben ja wirklich null Chance mehr gegen uns hier. Ich wollte gerade sagen, zum Glück gehen sie schnell. Alex und Kyle greifen ja sowieso zweimal an, also die werden definitiv drauf gehen. Richtig, und ohne jetzt zu spoilern zu wollen, aber ich glaube ganz am Schluss greift Alex dann sogar dreimal an. Aber ich glaube, das ist kein einzig großer Spoiler. Je nachdem, also wenn sie dann halt dreimal angreifen wollen, dann greift er irgendwann dann halt einfach mal dreimal an. Ach, verdammte Axt. Okay, ja, von denen gibt es ja auch schon die, was weiß ich, wie viele Variationen mittlerweile hier. Gibt es irgendwie von allem, also in jedem, in vielen Spielen werden einfach nur alte Monster jetzt, sag ich mal, recycelt in Anführungsstrichen und neu aufgelegt. Das war vor allen Dingen natürlich in den älteren Spielen, ist ja ganz klar, da können sie nicht...